Der Kampf um die Echtheit der OERA Linderhandschriften von 1850 bis heute. Es ist nicht einfach, die OERA Linderhandschriften zu lesen, denn es bedarf der vollen Konzentration, aber dafür wird der Leser dann auch köstlich belohnt. Dem Leser eröffnen sich Texte aus uralten Zeiten, die sich wie ein Märchen lesen lassen, aber doch wahre Geschichten, Erzählungen oder Berichte aus früheren Jahrtausenden sind. Selbst die Fälschungsapostel konnten keine Widersprüche mit den geschichtlichen Forschungsergebnissen finden. Es ist spannend und faszinierend, nachzuempfinden, plötzlich eine Schrift vor sich zu haben, die in einfachen Sätzen und natürlicher Wortwahl schildert, wie unsere ureigensten europäischen Vorfahren vor mehr als 2000 Jahren gelebt haben, was sie geglaubt haben, was ihre frühesten Mythen waren über die Entstehung der verschiedenen Menschengeschlechter, ihre moralischen Ansichten und welche Gesetze sie sich für ein friedliches Zusammenleben schufen und nicht zuletzt, wie sie unsere heutige Buchstabenschrift erfunden haben, um all ihre Gesetze und Geschichten aufschreiben zu können, sowie die Zahlenzeichen, die heute sogenannten arabischen Ziffern, die jedoch gemäß den OLH ursprünglich von einem Frias-Seekönig Gottfried, dem Alten, erfunden wurden. Doch zunächst sollen hier einige immer wieder aufgeworfene Fragen beantwortet werden. Woher kommen die OERA-Linder-Handschriften, kurz OLH, wie sind sie entstanden, wer hat sie aufgeschrieben und zu welcher Zeit? Und schließlich die Frage, warum werden die Texte OERA-Linder-Handschriften genannt? Um die Frage zu beantworten, wie die OLH entstanden sind, müssen wir in der Geschichte unserer eigenen Vorfahren, der Frias, von Tacitus in Gewohnen genannt, zurückgehen in die Zeit um ca. 590 bis 550 vor dem Beginn unserer heutigen christlichen Zeitrechnung. Durch kriegerische Auseinandersetzungen mit einem ursprünglich aus Asien stammenden finnischen Priesterkönig, der Oberpriester bzw. Magi genannt wurde, hatten unsere Vorfahren, die Frias, die Verehrer der Urmutter Fria und ihre, in Anführungszeichen, Präsidentin, die sogenannte Ehrenmutter, wie uns die OLH berichten, die Kontrolle über Skandinavien, Dänemark und alle Gebiete östlich der Weser verloren. Schließlich kam der Magi im Jahr 587 vor der Zeitrechnung mit einer Flotte aus Skandinavien um die Ehrenmutter von Texland, heute die Insel Texel, und ihre immer brennende Burgenlampe zu rauben. Dabei ist die letzte Ehrenmutter umgekommen und die ewig brennende, von Foster gestiftete Lampe, bei der immer dreimal sieben Maiden wachen mussten, erloschen. Als nach diesem Ereignis 30 Jahre vergangen waren, wurde befürchtet, dass auch die Gebiete westlich der Weser unter die Macht des Magi fallen würden. Es wurde daher beschlossen, eine Versammlung der allgemein Geachteten, Mena VIII, sozusagen der damaligen Führungselite, einzuberufen, um die damalige politische Situation zu beraten und auch um eine neue Ehrenmutter zu wählen. Doch die Vertreter der einzelnen Länder Europas konnten sich damals ebenso wenig einigen, wie dies heute meistens der Fall ist. Die OLH berichten ausführlich über diese Versammlung, siehe Blatt 1 bis 4 der OLH, Seite 7 bis 13 des Buches. Vor dem Zitat, die Fußnote, ein Etmal ist die Zeitspanne zwischen zwei Mittagen, von jeweils 12 Uhr bis 12 Uhr am folgenden Tag. Der Begriff Etmal ist noch heute in der Seeschifffahrt in Gebrauch. Zitat von Blatt 1 Dann, nachdem mehr als drei Etmale abgelaufen waren, war der ganze Gaurat in Streit oder Unordnung und alles dasselbe wie bei ihrem Kommen. Da erbart schließlich Adela das Wort. Adela war drei Jahre Burgfrau gewesen und zur Mutter gewählt worden, hatte aber die Wahl nicht angenommen, weil sie Apoll zu ihrem Ehegatten begehrte. Trotzdem ist sie allen Geschehnissen nachgegangen, als ob sie eine ordentliche Volksmutter gewesen wäre. Dadurch sind ihr viele Sachen offenbar geworden, die andere nicht wissen. Zitat von Adela Ihr habt gestern gesagt, dass unsere Stammesverwandten auf der anderen Seite der Weser zahm und lau wären. Doch kann ich euch sagen, dass der Magi ihnen keinen einzigen Gau durch die Gewalt abgewonnen hat, sondern nur durch arglistige Ränke und noch mehr durch das Gierigsein der Herzöge und Edelinge. Fria hat gesagt, wir sollen keine unfreien Leute bei uns zulassen. Doch was haben sie getan? Sie sind unseren Feinden nachgefolgt. Denn anstatt ihre Gefangenen zu töten oder freizulassen, haben sie Frias Rat gering geachtet und sie zu ihren Sklaven gemacht. Weil sie solches taten, mochte Fria nicht länger über sie wachen. Sie haben eines anderen Freiheit genommen und das ist die Ursache, dass sie ihre eigene verloren haben. Doch das alles ist euch selbst auch bekannt. Ende des Zitats von Adela Nachdem Adela ausführlich die damalige politische Situation dargestellt hatte, kam die ehemalige Burgfrau Adela in ihrer Rede zu den entscheidenden Ausführungen, die schließlich zur Entstehung der OLH führen sollten. Zitat Weiter will ich anraten, ihr müsst zu den Burgen gehen und dort alle Gesetze, Frias Rat, ebenso alle Geschehnisse abschreiben. Ja, alles, was da auf den Wänden zu finden ist, auf das nichts verloren gehe und nicht mit den Burgen ebenso vernichtet wird. Dort steht geschrieben, die Mutter und jedwede Burgfrau soll Außenhelfer und Sendboten haben, 21 Meiden und 7 Lehrmädchen. Könnte ich etwas dazu tun, so würde ich schreiben und ebenso viele ehrsame Töchter, um zu lernen, wie dort auf den Burgen sein mögen. Denn ich sage es in Treue und, die Zeit wird es bestätigen, sofern ihr echte Frias-Kinder bleiben wollt, niemals zu gewinnen, weder durch Listen noch durch Waffen, so habt ihr dafür zu sorgen, dass eure Töchter echte freie Weiber werden. Die Kinder muss man lehren, wie groß unser Land einst gewesen ist, welche großen Menschen unsere Vorfahren waren, wie groß wir noch sind, wenn wir unseren Teil mit anderen vergleichen. Man muss ihnen von den Helden und Kämpfern erzählen und von den tapferen Taten auch über weite und ferne Seefahrten. Alle diese Erzählungen müssen am Herd getan werden, auf der Heimstätte und wo es sonst sein mag, sowohl mit Freude als mit Tränen. Aber soll es sich nachhaltig in den Köpfen und Herzen einprägen, dann müssen alle Lehren über die Lippen eurer Weiber und Töchter da hineinströmen. Ende des Zitats von Adela Und das Zitats von Adela Das Abschreiben der Texte von den Wänden der Burgtürme war deshalb so wichtig, weil die Türme vorwiegend aus Holz gebaut waren und die in die Holzwände eingeritzten Texte beim Abbrennen der Burgen unwiederbringlich verloren gehen würden. Während heute ein Gesetz Rechtskraft erlangt, wenn es in bestimmten amtlichen Medien veröffentlicht wurde, wurde ein Gesetz damals allgemeingültig, wenn der Gesetzestext auf der Wand des Burgturms eingeritzt worden war. Nach der Wiedergabe der Rede Adelas, der damals wohl am höchsten angesehenen Persönlichkeit des Reiches, heißt es dann in den OLH, Zitat, Adelas Rat wurde befolgt. Anschließend werden dann in den OLH die Namen der Gaugrafen genannt, unter deren Verwaltung die verschiedenen Texte von den zum damaligen Zeitpunkt noch existierenden Burgen abgeschrieben wurden. Alle damaligen Adelsfamilien haben ein Exemplar der zusammengestellten Abschriften der damals noch existierenden Burgen erhalten. Und da die Texte im Verlauf von vielen Jahren unleserlich wurden, mussten sie immer rechtzeitig, um sie nicht zu verlieren, erneut abgeschrieben werden. Aber nur eine einzige Abschrift hat die Zeit bis ins 19. Jahrhundert überlebt. Und das ist den beiden letzten Abschreibern der OLH zu verdanken, dem Lico Ovira Linda um 803 nach der Zeitrechnung und Hedo Oera Linda im Jahre 1256 nach der Zeitrechnung. Hedo Oera Linda war der letzte Abschreiber aus dem Geschlecht der Over the Linden. Diesem zu ehren werden diese uralten Berichte heute Oera Linda Handschriften genannt. Doch zurück ins 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Es scheint, dass das von der ehemaligen Burgfrau Adela und ihrem Ehemann Apoll, dem dreimaligen Seekönig und Obergrafen über Ostflieland und die Linderorte, begründete Adelsgeschlecht, besonders angesehen und allgemein anerkannt gewesen sein muss. Und offensichtlich gab es auch Neider bzw. Feinde, die es in Europa und Deutschland immer wieder und immer noch gibt. Die Kinder Adelas und anschließend deren Kinder und Kindeskinder haben nach dem Tode ihrer Eltern ein weiteres getan. Sie haben die nachfolgenden geschichtlichen Ereignisse ihrer Zeit, die früher ja in die Holzwände der Burgtürme geritzt wurden, von Zeit zu Zeit aufgeschrieben und den von ihrer Mutter Adela gesammelten Burgtexten hinzugefügt. Auf diese Weise bestehen die OLH aus zwei grundverschiedenen Teilen. Einmal aus den von den damals noch existierenden Burgen abgeschriebenen Texten, also Gesetze, Mythen, Geschichten usw., und den zusätzlichen Aufzeichnungen der Nachkommen Adelas. Die OLH, das Buch von Adelas Anhängern, setzt sich daher von seiner Entstehung her aus zwei verschiedenen Teilen zusammen. Den Burgentexten einerseits, also 2193 bis ca. 600 vor der Zeitrechnung, und den Handschriften der Kinder Adelas andererseits, von ca. 600 bis ca. 50 vor der Zeitrechnung. Die Nachkommen Adelas nennen zum Beginn ihrer Aufzeichnungen immer ihren eigenen Namen und ihr Verwandtschaftsverhältnis. Es kam vor, dass noch alte Texte entdeckt wurden, die eigentlich zu den Burgentexten gehört hätten, diese wurden dann aber unter Angabe der jeweiligen Quelle den eigenen Aufzeichnungen hinzugefügt. So kommt es z.B., dass ein Teil der später gefundenen Ältestenlehre zu den Burgentexten gehören müsste, dann jedoch im Buch von Adelbrost und Apollonia, den Kindern Adelas, niedergeschrieben wurde. Adelbrost, der Sohn von Apoll und Adela, ist ebenfalls zum Obergrafen über die Linderorte gewählt worden. Ihm ist es zu verdanken, dass er nach dem Tod seiner Mutter Adela als erster begann, zusätzlich zu den bereits abgeschriebenen Burgentexten die weiteren geschichtlichen Gegebenheiten aufzuschreiben. Zwischen seinen Aufzeichnungen findet man fast philosophische Betrachtungen zur damaligen politischen Situation und den Hinweis, dass nachkommende Generationen aus seinen Aufzeichnungen lernen sollen, siehe OLH, Blatt 89, Seite 152 bis 153. Am Ende seiner Aufzeichnungen heißt es, Adelbrost schrieb also alleine für die kommenden Geschlechter. Das war ihm jedoch nur kurze Zeit vergönnt, da er zwei Monate nach dem Tode seiner Mutter Adela ebenfalls, wie seine Schwester Apollonia berichtet, ermordet aufgefunden wurde. Die von ihm begonnenen Aufzeichnungen wurden nach seinem Tode von seiner Schwester Apollonia fortgeführt. Offensichtlich hatten es die Priester und die von ihnen abhängigen Fürsten ganz besonders auf die Mitglieder des Geschlechts der Adela abgesehen. Weshalb sollte sonst zwei Monate nach der Ermordung der Adela bei einem Überfall der Finnen nun auch ihr Sohn Adelbrost getötet werden? Es war so schlimm, dass der Vater Apoll vor Schreck ebenfalls gestorben ist. Nach diesen Ereignissen hatte Apoll, der zweite mit diesem Namen, der jüngste Bruder von Apollonia, auf der Westseite von Skenland eine Burg, Lindersburg genannt, erbaut, um von dort aus das Leid der Familie Over the Linden zu rächen. Er hatte dort fünf Söhne und dem Magi viel Schrecken bereitet. Um die jüngeren Mitglieder der Over the Linden zu schützen, sind die Getreuesten aus den Ländern zusammengekommen und haben einen Bund, den Adelbund, geschlossen. Damit ihnen kein Leid widerfährt, haben sie Apollonia und Adelherd, ihren jüngsten Bruder, auf die Burg gebracht, Apollonia zu den Maiden und ihren Bruder zu den Wehrern. Als Apollonia dreißig Jahre alt war, wurde sie zur Burgherrin gewählt und ihr Bruder Adelherd, als er 50 Jahre alt war, zum Obergrafen. Zur Wahl ihres Bruders zum Obergrafen wird von Apollonia besonders vermerkt, Blatt 90, Zitat, Von Mamas Seite war mein Bruder der Sechste, aber von Vaters Seite der Dritte. Nach dem Gesetz durften seine Nachkommen somit kein Overa Linda hinter ihrem Namen führen, aber alle Menschen wollten es zur Ehre einer Mama so haben. Darüber hinaus hat man uns auch eine Abschrift von dem Buch der Adela-Anhänger gegeben. Damit bin ich die Froheste, denn durch meiner Mama ihre Weisheit kam es in die Welt. Anschließend vermerkt Apollonia, Zitat, In dieser Burg habe ich noch andere Schriften gefunden, die nicht in dem Buch stehen, auch Lobreden über meine Mama. All diese will ich später aufschreiben. Zitat Ende. Von besonderem Wert von Apollonias Aufzeichnungen sind die älteste Lehre und der andere Teil der ältesten Lehre, sowie ihr Bericht über die Liudburg, auf der sie Burgherrin war, und ihr Reisebericht über das damalige Friasreich, das damals noch von der Nordsee bis zur Schweiz reichte. Die nächsten Aufzeichnungen erfolgen dann nach einer äußerst schweren Sintflut um das Jahr 305 vor der Zeitrechnung durch Fräterik, o Ära Linda, und anschließend durch seine Witwe Viljov. Viljov war eine Burgmaid aus den sächsischen Marken, die mit Fräterik zusammen nach der schweren Sturmflut zur Burg Liudgarda zurückkehrte, wo jedoch alles zerstört war. Die Wälder der Linder-Orte waren größtenteils fort, und wo der Liudgarten gewesen war, war jetzt das Moor, und die Wellen peitschten gegen den Ringdeich der zerstörten Burg. Treibeis hatte den Burgturm zerstört, und die Häuser lagen, so die Beschreibung von Fräterik, durcheinander. Den anderen Burgen ist es ebenso ergangen. In den Hochlanden wurden sie durch Erdbeben und in den Tannenländern durch Wasser zerstört. Nur die Friasburg zu Texland blieb unbeschädigt, und alles nordwärts gelegene Land war noch unter dem Meer verschwunden. Fräterik berichtet ausführlich darüber, wie es zu dieser Naturkatastrophe gekommen ist, welche Schäden dadurch entstanden sind und welche weiteren Auswirkungen all dies nach sich zog. Nachdem nun alles verloren war, ging man tatsächlich daran, 282 Jahre nach dem Tod der letzten Volksmutter eine neue zu wählen. Das Los fiel auf Gosa Makonta, die schon zuvor Burgherrin von der Friasburg zu Texland, heute die Insel Texel, war. Jeder sah darin eine Art Berufung, da ihre Burg als einzige verschont wurde. Das geschah im Jahr 1888 nach dem Untergang von Altland, beziehungsweise im Jahr 305 vor der Zeitrechnung. va fallet im Anschluss im Jahr 315 vor der Zeitrechnung. Friedrich berichtet weiterhin über die im Jahr 303 vor der Zeitrechnung zurückgekehrten Gerdmannen und an welchen Orden sie sich niedergelassen haben. Aus dem Tagebuch des Ljutgerd, dem Schulze bei Nacht, also Admiral der Gerdmannenflotte, konnte er dessen Aufzeichnungen über deren Erlebnisse mit Alexander dem Großen und nach dessen Tod mit Demetrius abschreiben. Mit den Gerdmannen kam auch ein Mann namens Friso, über den in Zukunft noch viel zu berichten war und der gerne König geworden wäre. Des Weiteren gibt Frederik noch einen Bericht aus Skandinavien über das dortige Erdbeben im Jahr 305 vor der Zeitrechnung wieder. In dieser Aufzeichnung ist auch die Mitteilung enthalten, dass ein Herzog von Lindersburg die Katastrophe ausnutzte und zusammen mit seinem Volk und einer Burgmeid den Magi und die Finnen vertrieben hatte. Nach dem Tode von Frederik setzt Viljov die Aufzeichnungen ihres verstorbenen Mannes fort. In ihrem Vorwort schreibt sie, dass ihr Gatte 63 Jahre alt geworden ist und seit 108 Jahren der Erste seines Volkes war, der friedlich gestorben ist. Alle anderen sind deshalb unter Schlägen verstummt, weil sie mit eigenen Leuten und mit Fremden um Recht und Pflicht kämpfen mussten. Viljov berichtet, dass sie zwei Söhnen und drei Töchtern das Leben geschenkt hat mit den Namen Konrad, Hachgana, Adela, Frulik und Nocht. Nachdem die Ehrenmutter Gosa Makonta gestorben war, ist Viljov nach Texland, also Texel, gegangen, um die Handschriften, die sie hinterlassen hatte, abzuschreiben. Und als der letzte Wille von Frana gefunden wurde und die nachgelassenen Schriften von Dela mit Beinamen Hellenia, hatte Viljov die gleiche Reise nochmals unternommen. Besonders bedeutsam von diesen Handschriften ist die sechs Seiten umfassende Handschrift von Dela Hellenia über Die wahre Geschichte von Jesus Christus und Gosas hinterlassene Prophezeiung. Die Aufzeichnungen werden dann von Konrad, dem ältesten Sohn von Fratorik und Viljov, fortgesetzt. Nach dem Tode seines Vaters ist er zu dessen Nachfolger gewählt worden und im Alter von 50 Jahren zum ersten Obergrafen. Konrad berichtet zunächst über die verschiedenen Arbeiten, die erforderlich waren, um die schlimmen Schäden der Jahrtausendflut von 305 vor der Zeitrechnung in jahrelanger fleißiger Arbeit nach und nach zu beseitigen. Anschließend schreibt er seitenlang über Friso, der die Gerdmannen in ihre ursprüngliche Heimat zurückgeführt hatte, sowie darüber, was Friso alles tat, und über Frisos Sohn Adel. Der eingewanderte Friso war insbesondere gegen den Wiederaufbau der Meidenburgen und gegen die bis dahin geltende mutterrechtliche Struktur öffentlichen Ordnung. Diejenigen, die für den Wiederaufbau der Meidenburgen und die Beibehaltung der alten Ordnung waren, wurden als Muttersöhne diffamiert. Von Konrads Aufzeichnungen fehlen zwei Seiten. Wahrscheinlich wurde von einem der späteren Abschreiber eine Seite zu viel umgeschlagen, sodass der Text von zwei Seiten verloren gegangen ist. Besonders bedeutsam von Konrads Aufzeichnungen sind Gosas Rat, der von der ältesten Maid Albete offenbar gemacht werden musste, sogleich, wenn Friso gestorben war, und Ljutgerts Bericht über Indien, aus einem nachgelassenen Brief von Ljutgert an seinen Vater. Danach folgt ein sehr kurzer Bericht von Beden-Hachgans Sohn. Sein Onkel, Konrad, war nie verheiratet und daher kinderlos geblieben. Beden wurde an dessen Stelle gewählt und König Adel, inzwischen der dritte König dieses Namens, hat die Wahl gut geheißen und ihm unter der Bedingung zusätzlichen Grund und Boden gegeben, dass er dort Leute ansiedelte. Mehr kann über Beden nicht gesagt werden, da die nachfolgenden 20 Seiten, die Blätter 169 bis 188, verloren gegangen sind. Aufgrund der verlorengegangenen Blätter weiß man auch nicht, welches Mitglied der Sippe Oera Linda die Handschrift ab Blatt 189 weitergeführt hat. Es folgt zunächst ein Brief der Altmaid Ricker, vorgetragen zu Stavaren auf dem Julfest. Danach fehlen erneut zwei Seiten, sodass auch unbekannt ist, welches Familienmitglied den Handschriften der Kinder Adelas die letzten Beiträge hinzugefügt hat. Es handelt sich dabei um den Bericht über den Schwarzen Adel, Reintjas Mission und das Ende der Friasburg, sowie den Bericht über Askars Raubzüge und ihre Folgen. Unten auf Blatt 210 bricht der durchlaufende Text einfach ab, da die nachfolgenden Seiten ebenfalls verloren gegangen sind. Es ist das Ende des Buches der Kinder Adelas. Die Sprache dieser alten Dokumente, die in einem überallten Altfriesisch, noch älter als das Altfriesisch zum Beispiel des Hunsingor Landrechts, der Ode Friesche Wetten oder des Asseger Buches der Rüstringer geschrieben wurden, nennen wir in Anlehnung an die von Tacitus in seiner Germania genannten Ingewohnen, das ist Altfriesisch und bedeutet die einzigen, die Gesetze haben, Ingewohnisch. König Ethelbert von 561 bis 616, König von Südengland, hatte seinen dort vom Festland eingewanderten Angelsachsen noch Gesetze in altfriesischer Sprache gegeben. Aber um die Zeit der Kreuzzüge ist diese altfriesische Sprache, die zuletzt um die Zeit von 1100 bis 1300 in Nordwesteuropa, von Jütland, Schleswig und Holstein bis Flandern gesprochen wurde, endgültig untergegangen. Daher war wohl auch der letzte Abschreiber, Hiddo Oeralinder, der letzte seines Geschlechtes, der die altfriesische Sprache noch beherrschte. Seine Erben, die diese uralten Handschriften wie ein besonderes heiliges Familienerbe verwahrten und es nur an den Zuverlässigsten der Familie weitergaben, konnten diese Texte schon nicht mehr lesen, da die altfriesische Sprache der von Hiddo Oeralinder zuletzt abgeschriebenen Texte ausgestorben war. Danach wurden diese Blätter, die keiner mehr lesen konnte, in der Familie Overdelinden wie ein Familienheiligtum weitervererbt. So stand schließlich Andries Overdelinden aus Enkuitzen, geboren im Jahr 1759 und gestorben am 15. April 1820, vor dem Problem, den richtigen Erben für das ihm überantwortete Familienheiligtum zu finden. Da ihm sein eigener Sohn, Jan Overdelinden, nicht zuverlässig genug schien, Jan war Seemann und Schiffszimmermann wie sein Vater, sollte der damals neunjährige Enkel Cornelius Overdelinden die uralten Handschriften erben. Da dieser jedoch beim Tode des Erblassers erst zehn Jahre alt war, mussten diese Handschriften zunächst von seiner Tante Afje Reuwers, spätere Meilhoff, geborene Overdelinden, wohnhaft in Enkuitzen, aufbewahrt werden, die sie dem rechtmäßigen Erben Cornelius Overdelinden mit großer Verzögerung erst im August 1848 aushändigte. Da war Cornelius bereits 38 Jahre alt. Andries Tochter Afje war mit Hendrik Reuwers verheiratet. Mit der Übergabe des geheimnisvollen Nachlasses an Afje Reuwers erwachte aber auch das Interesse von Hendrik Reuwers an diesen alten Schriften. Er vermutete, dass in diesen alten Papieren die Lage eines großen, verborgenen Schatzes beschrieben sei, den er selbst für sich heben wollte. Deshalb hinderte er seine Frau Afje jahrelang daran, die alten Schriften dem rechtmäßigen Erben auszuhändigen. Doch Hendrik Reuwers konnte die fremden Schriftzeichen nicht entziffern, sodass er diesbezüglich erfolglos im Jahre 1845 verstarb. Nachdem sich Afje mit Koops Meilhoff wieder verheiratet hatte, reiste Cornelius Overdelinden im August des Jahres 1848 zusammen mit seinem Sohn, dem er ebenfalls den Namen Cornelius gegeben hatte, von Den Helder, wo er später als Mesterknecht an der Reichsmarinewerft in Wilhelmsort arbeiten sollte, nach Enkuitzen, um dort endlich das Erbe seines Großvaters Andris aus der Hand seiner Tante Afje in Empfang zu nehmen. Noch konnte er nicht ahnen, wie diese Handschriften sein zukünftiges Leben beeinflussen sollten, wie viel Hass, Verleumdungen und Niedertracht ihm entgegenschlagen sollten. Zunächst versuchte auch Cornelius, den Inhalt der vergilbten Blätter selbst zu entschlüsseln. Aber trotz friesischem Wörterbuch war alles vergebens, sodass Cornelius ohne fachliche Hilfe nicht weiterkam. Erst 1860 bemühte er sich um die Unterstützung von angeblichen Fachleuten, aber diese hatten ihn alle, Namen sollen hier nicht genannt werden, nur hingehalten. Dies gipfelte am 24. November 1870 in der Versammlung der Friesch-Genotschab darin, dass Johann Winkler aus Leuwarden über die alten Handschriften ein völlig falsches Gutachten abgab, worin er zu dem Schluss kam, dass eine Übersetzung die aufgewandte Mühe und Zeit nicht lohne. Doch diese Situation sollte sich für Cornelius Oberde-Linden bald ändern, nachdem der damalige Konrektor am Gymnasium in Leuwarden, Dr. Jan Gerhardus Othema, durch einen ehemaligen Schüler Dr. Fairweiss Kenntnis von dem Vorhandensein dieser alten Schriften erhielt. Othema war Altphilologe und beherrschte die ausgestorbene altfriesische Sprache. Er erkannte sofort den Wert der alten Handschriften und ihre Bedeutung für die europäische, insbesondere nordische Vorgeschichte. Es entwickelte sich zwischen dem Altphilologen Dr. Othema und dem einfachen Schiffszimmermann Oberde-Linden von Anfang an ein Vertrauensverhältnis, das nach der Übersetzung der altfriesischen Texte in die niederländische Sprache dazu führte, dass Othema im Februar 1871 vor der Friesch-Genotschab für die Echtheit der alten Handschriften eintreten und ihren Inhalt erläutern konnte. Der Versuch von dem Herrn Winkler, die OLH zu bagatellisieren, war damit zurückgewiesen und bereits am 4. Oktober des Jahres 1872 konnte in Leuwarden die erste Auflage der OLH unter dem Titel Ted Ora Linda Bock der Öffentlichkeit übergeben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch schon vor der Drucklegung waren Kräfte aufgetreten, die für ihre bis dahin festgefügten Katheterweisheiten eine große Gefahr erblickten. Der Grundsatz von Ex Oriente Lux durfte auf keinen Fall angetastet werden. Die Veröffentlichung sollte mit allen Mitteln verhindert werden. Da der Inhalt der OLH mit sachlichen Mitteln nicht widerlegt werden konnte, griff man zu Mitteln der Bestechung und Verleumdung. Cornelius over the Linden wurde sogar als Fälscher, Lügner und Betrüger bezeichnet. Viele Aufsätze und Broschüren wurden nur zu diesem einen Thema geschrieben. Dies führte dazu, dass Cornelius over the Linden im Jahr 1864 vor Graham gestorben ist. Er hatte die Veröffentlichung seines Familienerbes nur um zwei Jahre überlebt. Aber sein Sohn L.F. over the Linden stand weiter an der Seite von Dr. Othema und zu dem Erbe seiner Vorväter. Später bemerkte Dr. Othema hierzu, Zitat, Vom ersten Erscheinen ab, ja, selbst bereits vor der Drucklegung, hat das Buch einen großen Widerstand und eine Verurteilung gefunden. Viele Federn sind darüber in Bewegung geraten, zunächst um die Ausgabe zu verhindern und später um die Verbreitung zu unterbinden. Nicht allein im Inland, sondern auch im Ausland ist man gegen das Buch zu Felde gezogen, als ob von seiner Echtheit oder Unechtheit das Wohl und Weihe von Land und Volk abhingen. Nachdem die erste Auflage der OLH vergriffen war, konnte Dr. Othema im Jahr 1876 noch eine zweite Auflage herausbringen. Aber die Angriffe gegen die Echtheit dieser alten Dokumente über die europäische Frühgeschichte wollten einfach nicht verstummen. Schließlich war auch Dr. Othema fassungslos über das Treiben seiner Gegner, die doch alle eigentlich berufen waren, der Wahrheit und der Forschung zu dienen. Dr. Othema hatte zur Entkräftung der Vorwürfe zwei Broschüren und mehrere Zeitungsartikel verfasst, aber ohne, dass seine Argumente Beachtung fanden. Dr. Othema schrieb damals verbittert, Zitat, »Was hat doch dieses unschuldige Buch getan, dass es so viel Hass und Verbitterung erweckt? Ist es eine so bespottenswerte Pfuschschrift, eine so dumme Geschichtserzählung, nicht würdig, um überhaupt gelesen zu werden? Nun wohl, so lese man sie nicht. Aber wenn man das Buch doch liest, so lese man auch, was ich hierüber in der Einleitung geschrieben habe und ebenso in »Geschiedkundige Arnteckeningen«, in »Die Königliche Akademie und das Uralinderbuch« und in »Der Deventer Korant und das Uralinderbuch«. Doch das ist gerade das, was man nicht tut. Man will keinen Aufschluss haben über die Art, den Zweck und den wissenschaftlichen Wert dieses Buches. Es ist viel einfacher und angenehmer, blind herumzufuchteln und wild darauf loszuschreien, anstatt sich hinzusetzen und ernstlich zu untersuchen. Jeder, der das Buch nur oberflächlich eingesehen oder darüber hat etwas erzählen hören, glaubt sich berechtigt, ein absprechendes Urteil zu fallen. Ein solches Urteil macht dann einen Triumphzug durch alle Zeitungen, völlige Laien jubeln darüber und das Land ist gerettet. Zitat Ende. Den damaligen Todesstoß erhielten die OLH durch J. Beckering-Winkers, einem erbitterten Gegner Othemas, durch dessen in den Jahren 1876 und 1877 veröffentlichten Broschüren »Der Onächtheit von Het-Oera-Linderbock« und »Wie häft Het-Oera-Linderbock« geschreven?« Die Urenkelin von J. Beckering-Winkers, Frau Cornelia Volt, geboren Bäckering-Winkers, wohnhaft in Neumünster, in Schleswig-Holstein, ist heute der Ansicht, dass ihr Urgroßvater damals im Unrecht war. Aber trotz alledem, nicht wissenschaftlich gebildete Laien zeigten weiterhin Interesse an den OLH. Dies blieb etwa die sogenannte wissenschaftliche Lage, bis es Hermann Wirth im Jahr 1933 wagte, die OLH in deutscher Übersetzung und sehr ausführlichem Kommentar unter dem Titel »Die Ura-Linder-Chronik« zu veröffentlichen. Aber wieder heulten die Gegner der OLH auf und auf einer Veranstaltung in der Aula der Universität Berlin im Jahr 1934 wurden Hermann Wirth und die Oera-Linder-Handschriften so in Grund und Boden diskutiert, dass seit diesem Zeitpunkt kein seriös geltender Wissenschaftler mehr wagte, sich auf die OLH zu beziehen. Den Rest gab den OLH dann noch im Jahr 1934 eine unwissenschaftliche, pro-nationalsozialistische Broschüre von Arthur Hübner mit dem Titel »Hermann Wirth und die Ura-Linder-Chronik«, 41 Seiten, Berlin 1934. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien in Holland ein Buch von J.F. Overveyn unter dem Titel »Hed-Oera-Linder-Bock«, in Klammern 495 Seiten, dort recht 1951. Overveyn vertrat die Ansicht, dass die OLH keine Fälschung sind. In Deutschland befassten sich nach dem Kriege hauptsächlich Emil Sturm und Siegfried Schröder mit den OLH. Beide konnten eine Menge Beweise vortragen, dass die OLH keine Fälschung sind. Aber die deutschen sogenannten Wissenschaftler blieben stumm. Sie hatten ja ihren sogenannten »guten Ruf« zu verlieren. Eine Ausnahme bilden hier die Forscher Rolf Hachmann, Georg Kossack und Hans Kuhn, die in ihrem gemeinsamen Buch »Völker zwischen Germanen und Kelten« zu der Erkenntnis gelangen, dass es zur Zeit der Römerkriege im Gebiet zwischen Weser aller Linie und der Seine Euse zwischen Germanen und Kelten eine dritte Bevölkerungsgruppe gab, die weder den Germanen noch den Kelten zugeordnet werden kann. Hans Kuhn schreibt, Seite 127, Zitat, »In den ältesten Namensschichten dieses Raums ist manches, das nicht indogermanisch ist und mit alten Namen in den Mittelmeerländern zusammenhängt, von Spanien bis Kleinasien. Ich vermute, dass die Stämme, die da in dem erörterten Zeitraum Germanen und Kelten trennten, die letzten Reste der westlichen Indogermanen-Gruppe sind, aus der sich nach und nach die Kerne der großen bekannten Einzelgruppen ausgesondert hatten, als letzte die der Kelten und Germane, und wenig vorher vielleicht der Römer. Aber was da noch zwischen aller und Euse saß, konnte dem Schicksal zwischen den mächtigen Schwestergruppen, den Kelten und mehr den Römern und auf der anderen Seite den Germanen, zerrieben zu werden, trotz langen Widerstandes nicht entgehen und ging unbeachtet unter. Und im gemeinsamen Schlusswort heißt es, auf Seite 134, Wir müssen jetzt vieles in Kulturgut und Lebensformen der Frühzeit wie auch der folgenden Perioden, dem wir uns gewöhnt hatten, entweder keltische oder aber germanische Herkunft zuzuschreiben, daraufhin prüfen, ob es nicht vielmehr zum Besitz der nachgewiesenen dritten Gruppe gehört hat. Bei einigem ist dies offenkundig. So bei dem Kult der Muttergottheiten, von dem im Nordteil des Rheingebietes hunderte von Votivsteinen zeugen, deren Götternamen nur zum kleinen Teil aus dem keltischen oder germanischen zu erklären sind, und bei dem Fehlen des Königtums in den Stämmen des Nordwestens. Zitat Ende. Diese Bevölkerung, zu deren kulturellen Nachlass die OLH gehören, war dort ungebrochen seit dem Neolithikum ansässig. Es ist davon auszugehen, dass die Verfasser Hachmann, Kossack und Kuhn die OLH kannten, auch wenn diese nicht ausdrücklich von ihnen erwähnt werden. Zumindest tragen auch sie Forschungsergebnisse vor, die ein eventueller Fälscher um das Jahr 1860 nach der Zeitrechnung herum noch nicht wissen konnte und die damit ebenfalls der Fälschungsthese entgegenstehen. Schon etwa vor 50 Jahren konnte der mathematisch-astronomische Beweis erbracht werden, dass die OLH für das Jahr 2193 vor der Zeitrechnung angegebene Katastrophe tatsächlich in diesem Jahr stattgefunden hatte und dass der Untergang von Altland oder Atlantis, ist gleich Sintflut der Bibel, durch den Kometen Swift-Tuttle dadurch verursacht wurde, dass riesige Teile desselben in die Erde, und zwar sowohl auf dem Festland als auch in die Ozeane, eingeschlagen sind. Diese Berechnungen hatten nur einen Schönheitsfehler. Sie passten nicht mit der von den Astronomen im Jahr 1862 ermittelten Umlaufzeit des Kometen um die Sonne von 120 Jahren zusammen. Da alle zugrunde gelegten Zahlenwerte richtig waren, konnte es nur die Vermutung geben, die von den Astronomen errechnete Umlaufzeit von 120 Jahren des Kometen Swift-Tuttle um die Sonne musste falsch sein. Die Wiederkehr dieses Kometen wurde 1862 plus 120 Jahre für 1982 erwartet. Doch der Swift-Tuttle erschien nicht. Erst zehn Jahre später, im Jahr 1992, näherte er sich wieder der Sonne und damit auch der Erde. Und plötzlich waren die 25 Jahre zuvor gemachten Berechnungen schlüssig. Der Swift-Tuttle hatte unwiderlegbar die in den OLH beschriebene Katastrophe im Jahr 2193 vor der Zeitrechnung ausgelöst. Wie aber konnte man nun beweisen, dass die in der Leuwardener Bibliothek aufbewahrte Abschrift der OLH eine vorsätzliche Fälschung auf Papier aus dem 19. Jahrhundert war, das künstlich im Rauch auf Alt getrimmt worden war? Gab es da eine Möglichkeit? Die gab es tatsächlich. Diese eine Möglichkeit. Othema hatte in seinen Ausgaben der OLH in den Jahren 1872 und 1876 eine einzige Seite, das Blatt 45 des ihm vorliegenden echten Originals aus dem 13. Jahrhundert in Faximile, das konnte man damals schon, wiedergegeben. Diese eine Seite musste der Fälscher, damit seine Fälschungsabsicht nicht sofort augenfällig ist, Zeile für Zeile und Buchstabe für Buchstabe, man denke an die Fälschung der Hitler-Tagebücher, genauso exakt auf Papier aus dem 19. Jahrhundert wiedergeben, wie es das Faximile aus dem tatsächlichen Original aus dem 13. Jahrhundert in Othemas beiden Auflagen vorgab. Zum Nachweis, dass die in der Bibliothek aufbewahrte Fälschung der OLH tatsächlich eine vorsätzliche Fälschung auf Papier aus dem 19. Jahrhundert war und Othema und Over the Linden in Wirklichkeit eine andere Seite 45 aus dem echten Original aus dem 13. Jahrhundert vorgelegen hatte, brauchte man beide Blätter 45 nur miteinander vergleichen. Das Ergebnis dieses Vergleichs war, dass sich der Fälscher tatsächlich sehr große Mühe gegeben hatte, das Original-Faximile aus Othemas Veröffentlichungen Zeile für Zeile und Buchstabe für Buchstabe so genau wie nur irgend möglich auf Papier aus dem 19. Jahrhundert wiederzugeben. Nur ganz selten ist ihm dabei ein einzelner Buchstabe nicht so gelungen, wie er in Othemas Faximile enthalten war. Und das war der Beweis, den man noch benötigte, um die Frage über die Echtheit der OLH endgültig abschließen zu können. Die in der Leuwardener Bibliothek aufbewahrten Abschriften der OLH waren vorsätzliche Fälschungen auf Papier aus dem 19. Jahrhundert, um Over the Linden und Othema in Misskredit zu bringen, sie der Fälschung und der Täuschung zu bezichtigen. Es sollte einfach nicht wahr sein, dass die Europäer, nachdem bei der Christianisierung alles Schriftliche als heidnisch und teuflisch verbrannt worden war, plötzlich doch wieder eine eigene, frühe, schriftliche Kultur besaßen, ja, sogar die einzigen Seefahrer in der Frühzeit waren und auch die Buchstabenschrift erfunden hatten. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war es offen geblieben, ob die OLH nun eine Fälschung, englisch Hoax, waren oder tatsächliche Geschichtsaufzeichnungen. Es gab einerseits die Fälschungsvertreter, vorwiegend angebliche Wissenschaftler und andererseits Befürworter der Echtheit der Originaltexte. Letztere werden von den sogenannten Wissenschaftlern in ziemlich unwissenschaftlicher Weise als Gläubige, Nazis, Angehörige okkulter Vereinigungen und so weiter diffamiert. Jahrzehntelange Forschungen haben ergeben, dass alle in den OLH genannten geschichtlichen Vorgängen mit tatsächlichen Ereignissen übereinstimmen, die ein eventueller Fälscher, wenn es ihn denn gegeben hätte, um 1860 herum noch nicht kennen konnte, da sie erst später ausgegraben oder sonst wie entdeckt wurden. Man kann aber mit absoluter Sicherheit feststellen, mit Hilfe geschichtlicher Vergleiche lässt sich der Inhalt der OLH-Texte nicht widerlegen. und der ursprüngliche Originaltext nicht als vorsätzliche Fälschung abtun. Es verblieb schließlich für die Fälschungsfanatiker von Kirche und Ämtern abhängige sogenannte Wissenschaftler nichts anderes übrig, als die verschiedenen Texte in den OLH selbst, ohne auf ihren eigentlichen Inhalt einzugehen, zu diffamieren, sich auf die Art und Weise der Verwendung der altfriesischen Sprache, des Ingewohnischen, einzuschießen. Dieser Aufgabe hat sich nun ein Herr Goffe Jensma gewidmet. Dieser geht in seinen verschiedenen Veröffentlichungen auf den geschichtlichen Inhalt der OLH überhaupt nicht ein, sondern versucht ausschließlich durch Sprachvergleiche den Nachweis der Fälschung zu erbringen. Durch Vermutungen, von welchen klassischen Dichtern und Denkern Ideen zum Beispiel über Freiheit, Demokratie und anderes übernommen und in den OLH verarbeitet wurden. Dies wird dann mit dem Hinweis auf angenommene Quellen, die es jedoch nicht gibt, und einschränkenden Zusätzen versehen, wie zum Beispiel vielleicht, eventuell, aber nichts wirklich Greifbares. Nun lieferte Goffe Jensma, ein aufgrund seiner Fälschungsthese von den OLH-Gegnern besonders geschätzter, unterstützter und finanziell begünstigter Lohnschreiber, im Jahre 2004 seine Dissertation über die OLH unter dem Thema »Der gemaskerte Gott François Faverschmidt en het oralenderbock« ab. Zwei Jahre später veröffentlichte Jensma het oralenderbock facsimile transkripte vertaling. Hilversum verloren 2006. Im Vorwort auf der Seite 7 des Letzteren erklärt Goffe Jensma, dass die Veröffentlichung dieses Buches ein Nebenprodukt seiner Dissertation aus dem Jahr 2004 sei. In dieser Studie behauptete Jensma, dass die OLH als »ein literarischer Text« des 19. Jahrhunderts gelesen und genossen werden müssten, in welchem »geschichtliches« eine große Rolle spiele sowie »doppelsinniges« von Bedeutung sei. Dieser Standpunkt, so Jensma, hätte Konsequenzen für diese Ausgabe, gemeint ist sein Buch, gehabt. Jensma fährt dann fort, »Um diesen 19. Jahrhundertcharakter sichtbar machen zu können, ist es notwendig, nachdrücklich Abstand von den Transkriptionen »Othemas« und »Overveins« zu nehmen und ebenso von ihren Übersetzungen. »Nachtigall, ich hör dir Trapsen«. Wegen des »literarischen Charakters«, so Jensma, habe er auch eine Anzahl Sachen vernachlässigt, die man in der Ausgabe von historischen Werken wohl beachten sollte. Seine Veröffentlichung hätte daher auch kein Personen- und Ortsverzeichnis enthalten. Der literarische Wert der OLH, so Jensma, lege auch nicht so sehr in seinem Inhalt, den möchte man ja am liebsten aus der Welt schaffen, sondern wohl in seiner experimentellen Form, womit Jensma die Notwendigkeit seiner neuen Ausgabe der OLH zu begründen versucht. Alles, was hinsichtlich der OLH zu irgendwelchen Vergleichen mit geschichtlichen Tatsachen, archäologischen Ausgraben usw. führen könnte, wird von Jensma vermieden. Er versucht die OLH als ein schriftstellerisches Produkt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts darzustellen, eine Art Literatur, die aber mit wahrer Geschichtsdarstellung nichts zu tun haben soll. Die Ausführungen von Jensma in seinem Hedora-Linderbock basieren ausschließlich auf der in der Leuwardener Bibliothek aufbewahrten vorsätzlichen Fälschung der OLH, die, wie Jensma seinen Lesern weismachen möchte, ein literarisches Produkt der Herren François Haverschmidt und Elko Fairweiss sein sollen. Deren eigene literarische Leistung sind die OLH natürlich nicht, aber möglicherweise kommt diesen beiden Herren ja das Verdienst zu, für die gefälschte Abschrift der OLH verantwortlich zu sein. Aber das würde der Auftragsprofessor Dr. Goffel Jensma natürlich niemals zugeben. Jensma betont ausdrücklich, dass man von den Transkriptionen Othemas von 1872 und 1876 und Overveins von 1951 Abstand nehmen müsse. Daher beachtet Jensma auch nicht, dass es in dem echten Originalalphabet bei Othema den Doppelbuchstaben GS gibt, den die Fälscher in ihrem abgeschriebenen Alphabet übersehen hatten. Es ist daher interessant zu untersuchen, wie Jensma diesen in dem Alphabet seiner sogenannten Literaturschöpfer fehlenden Doppelbuchstaben in seinem Buch transkribiert hat. Auch der Satz neben seinem schelmischen Lachen, Seherabbildung 7, ist eine Täuschung. Der Satz heißt auf Deutsch, selbst die Inkas stammen von den Friesen ab. Friesen gibt es erst seit der jüngeren Geschichte. Sie sind das Überbleibsel eines früheren Geschlechts, das sich die Frias nannte und ganz Europa die Ufer aller größeren Flussläufe und die Landschaften rund um das Mittelmeer bewohnte. Um ca. 2000 vor der Zeitrechnung segelte der Seekönig Inka mit einer Anhängerschaft aus Frias und Findas von Kadik, gleich Küstendeich, dem heutigen Kaditz, aus Richtung Westen, um zu schauen, ob beim Untergang von Altland oder Atlantis noch Ländereien übrig geblieben sind. Diese Leute hatten mit den ca. 4000 Jahre später lebenden Friesen nicht das Geringste zu tun. Man könnte vielleicht sagen, dass Inka mit seinen Frias und Finnen den Indianern mit seinen Leuten einen Kulturschub gebracht hatte. Aber deshalb stammte die Indianerbevölkerung, die sich möglicherweise nach Inkas Namen umbenannt hatte, noch lange nicht von den etwa 4000 Jahre später lebenden Friesen ab. Dabei handelte es sich jedoch eher bei den Herren François Haverschmidt und Elko Fairweiss um die tatsächlichen Fälscher der OLH, indem sie selbst bzw. andere Schriftkünstler – hierher passt ein Hinweis auf den Fälscher der sogenannten Hitler-Tagebücher – die OLH auf Papier aus dem 19. Jahrhundert abschreiben ließen und diese dann im Rauch künstlich gealtert haben, während Cornelius Over der Linden, der das echte Original aus dem 13. Jahrhundert zur Verfügung gestellt hatte, wahrscheinlich völlig ahnungslos war. Sehr interessant ist nun, welche Porträts der Freimaurer Goffey Jensma in seiner Auftragsarbeit von den beiden Fälschern abgedruckt hat. Es sind Abbildungen, in denen beide Fälscher sich durch ihre abgestreckten Zeigefinger ebenfalls als Freimaurer zu erkennen geben. Im Jahre 2010 erschien in englischer Sprache ein Buch des Südafrikaners Alevin J. Raubenheimer unter dem Titel Survivors of the Great Tsunami Johannesburg 2010 457 Seiten in welchem der Verfasser anhand verschiedener archäologischer Ausgrabungen und Entdeckungen in Europa und diverser neuerer Forschungsarbeiten zu dem Ergebnis kommt, dass die OLH keine Fälschung sein können, da sie Tatsachen enthalten, die ein Fälscher in der Mitte des 19. Jahrhunderts niemals wissen konnte. Eine zweite Auflage dieses Buches erschien im August 2011 und eine dritte, ansonsten unveränderte Auflage wurde im März 2014 mit dem neuen Titel Chronicles from Pre-Celtic Europe veröffentlicht. Am Anfang seines Buches schenkt Raubenheimer dem Erstveröffentlicher der OLH Dr. J. G. Othema eine Widmung. Zitat Bis zur Seite 339 hat Alevin Raubenheimer anhand von archäologischen Ausgrabungen in Europa und sonstigen Forschungsergebnissen bewiesen, dass die OLH echt sind, also keine Fälschung sind und ab Seite 341 hat Raubenheimer eine Übersetzung der OLH von William Sandbach ins Englische aus dem Jahre 1896 abgedruckt. In Zeitungsartikeln, im Internet und wo auch immer Man stößt auf Prof. Dr. Goffe Jensma, der seinen Doktortitel aufgrund seiner Auftragsarbeit über die OLH erhalten hatte. Und bei einer solchen politisch korrekten Gefälligkeitsarbeit ist die Installation als Professor auch nicht mehr weit. Immer Prof. Dr. Goffe Jensma, der angeblich bewiesen haben will, dass die OLH nichts anderes als ein literarischer Joke aus der Mitte des 19. Jahrhunderts seien. Und er liefert auch gleich die überragenden Literaten, die in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich auch aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Freimaurerei die wahren Fälscher der OLH waren, indem sie diese auf Papier aus dem 19. Jahrhundert abschrieben oder abschreiben ließen und das Papier künstlich im Rauch gealtert hatten. Überall behaupten die politisch Korrekten, Goffe Jensma hätte endgültig bewiesen, dass die OLH eine Fälschung, also ein Hoax, seien. Und dann kommt da plötzlich ein Südafrikaner aus Johannesburg und macht alles wieder streitig. Und das zu Recht. Im Juni des Jahres 2010 fand im Internet eine Diskussion über die Echtheit der OLH statt mit teilweise sehr langen Textpassagen. An diesem Streitgespräch nahmen vorwiegend Alevin Raubenheimer, dort immer unter seinem Vornamen Alevin, ein gewisser Slim Jim 22, ein sogenannter Swede und ein sogenannter Abramelin Teil, wobei letzterer immer den Ansichten von dem sogenannten Professor Jensma nahe stand. Trotz der hervorragenden Argumente von Alevin konnte erwartungsmäß keine Einigung erzielt werden. Alevin im Internet über das Buch von Goffe Jensma Zitat In seinem Buch behauptet Jensma, dass Haver-Schmidt der Hauptschreibe des Buches, gemeint sind die OLH, war, mit der Hilfe von Over the Linden und Fairwise. Entsprechend Jensma soll Haver-Schmidt mit dem Uralinder-Book eine Parodie auf die christliche Bibel beabsichtigt haben. Ein Artikel von Professor Jensma aus 2007 besagt, dass die drei Autoren mit dem Buch eine vorübergehende Täuschung beabsichtigten, um einige nationalistische Friesen und orthodoxe Christen zum Narren zu halten und als eine experimentelle beispielhafte Übung im Lesen der Heiligen Bibel in nicht-fundamentaler symbolischer Weise. Nichts ahnend, dass es eine Täuschung war, wurde die OLH von J.G. Othema ernst genommen und gewann aus den oben genannten Gründen Popularität. Seine Schöpfer fühlten sich unfähig zuzugeben, dass sie es geschrieben hatten und so wurden sie, also die OLH, die Grundlage für einen neuen Glauben. Jensma schließt seinen Artikel ab, indem er sagt, es ist eine perfekte Ironie, dass ein Buch, das geschrieben wurde, um die Heilige Bibel als ein von Menschen gemachtes Buch zu demaskieren, im Begriff ist, selbst eine Bibel zu werden. Zitat Ende von Alevin über Goffey Jensma. Obwohl schon lange in der Familie Over the Linden vorhanden, sollen die OLH laut Goffey Jensma erst im Jahre 1867 im Hause von Cornelius Over the Linden aufgetaucht sein. Hierzu und zu einigen neuen Entdeckungen, die von Raubenheimer vorgebracht werden, wird noch mündlich vorgetragen. Abschließend sei noch erwähnt, dass dem Vortragenden das Buch von Alevin Raubenheimer Chronicles from Pre-Celtic Europe erst nach der Veröffentlichung seines eigenen Buches, die Eura-Länder-Handschriften, die Frühgeschichte Europas, bekannt geworden ist. Wahrscheinlich war auch gut so. In der Internetdiskussion ging es unter anderem insbesondere um die Frage, wie konnte ein eventueller Fälscher zu dem Datum des Untergangs von Altland kommen. Und es wurden verschiedene Vorgänge dargelegt, die von Wissenschaftlern alle auf das Jahr 2193 vor der Zeit datiert werden. Tatsache ist, den astronomischen Beweis, dass der Komet Swift-Tuttle diese Katastrophe exakt im Jahr 2193 vor der Zeitrechnung verursacht hatte, kann niemand mehr aus der Welt schaffen, so dass das völlig undeutliche Geschwafel eines sogenannten Professors Jens Mahr nichts anderes mehr ist als heiße Luft. Die OLH sind keine literarischen Produkte seiner früheren Freimaurer-Brüder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, sondern tatsächliche Geschichtsschreibung seit dem Untergang von Altland im Jahr 2193 vor dem Beginn unserer christlichen Zeitrechnung. Schlusswort. Es war ein besonderes Anliegen des Lühe-Verlages, dass mit der Herausgabe der neuen Übersetzung der OERA-Linder-Handschriften ins Deutsche, zusammen mit den vorgelegten astronomischen und archäologischen Beweisen, die so bösartig diffamierte Familie Over the Linden und des Übersetzers der OLH ins Niederländische, Dr. J.G. Othema, nun endlich rehabilitiert worden sind. Untertitelung des ZDF, der OERA-Linder-Handschriften Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020